Hallo, Kurzöse hier. Microsoft bastelt ja fast tagtäglich an seiner Office 365 Welt herum und ich habe hier mal meine Welt gestartet und wenn man plötzlich auf dieses Neun-Punkte-Menü klickt, sieht man etwas ganz was Spannendes. Es gibt hier so ein Startmenü, sprich einen neuen App-Launcher, wie sich das Microsoft genannt hat. Und zwar erinnert es eben stark an einem Windows-Startmenü. Man hat hier sofort den Überblick und den Start über die einzelnen angehefteten Apps. Es sind da einige Apps natürlich vorhanden. Das Tolle ist, beim Maus-Ober kommt auch dieser nette Effekt, dieser Farbeffekt und man kann diese einzelnen Apps natürlich auch wieder neu anordnen per Drag & Drop bzw. auch die Größe wieder ganz einfach und schnell ändern. So kann man das ganze Erlebnis in Office 365 natürlich nur ein bisschen personalisieren. Es gibt dann noch diesen Reiter Neu. Ich habe jetzt keine neuen Apps irgendwie bei mir installiert in der Office 365 Welt und dann eben noch die Übersicht auf alle. Ich finde es wahnsinnig spannend, wie Microsoft jetzt eigentlich diese Design-Philosophie, die es bei Windows kurzzeitig einmal weggegeben hat, aber hier wieder hinzugefügt hat, auch bei Office 365 verfolgt. Das heißt, es gibt hier eigentlich einen Startmenü-Button, könnte man fast sagen. Und dort kann ich sofort meine ganzen Apps an einem Ort starten. Das Ganze ist auch responsiv, wie das so schön heißt. Vielleicht mache ich da geschwindet einmal eine Verkleinerung und man sieht, dass sobald es unter einer gewissen Größe fällt, man dann diesen App-Launcher hier da oben bekommt. Als kleine Erinnerung, ich kann vielleicht hier mal das mit Excel vorzeigen. Man kann hier noch ein paar andere Dinge hinzufügen bzw. wenn hier vielleicht das Ausprobieren mit OneDrive. Das ist ja von meinem, das habe ich da oben ja eben auch auf der Startseite geöffnet, nämlich auch auf der Navigationsleiste. Und hier kann ich es auch wieder lösen. Die Navigationsleiste ist ja hier oben. Also man hat hier fast das Gefühl, Microsoft baut mit seiner Office 365 Welt auch im Browser die Windows-Welt nach mit der Startleiste. Ich bin schon gespannt, wann das erste Feature kommt, dass hier dann auf einmal vielleicht die Benachrichtigen kommen oder Vorschaufenster. Also das wäre natürlich ein weiterer Schritt, den Microsoft hier ganz schnell und rasch gehen kann. Ansonsten finde ich dieses neue Design sehr, sehr ansprechend und ich glaube ganz besonders diese Suchfunktion wird genutzt werden für alle möglichen Dinge. Und ich bin schon gespannt, was Microsoft, wie gesagt, so in den nächsten Wochen alles noch vorhat mit seiner Office 365 Welt. Herzlichen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.